Du hast das Gefühl, dass ihr nur noch nebenher lebt, dass ihr in einer Art WG miteinander umgeht, dass ihr euch nicht mehr emotional verbunden fühlt. Wir zeigen euch einmal in dieser kurzen und knackigen Folge, wie ihr das verändern könnt. Wenn emotionale Distanz eure Beziehung belastet, dann kann es passieren, dass du dich einsam fühlst, obwohl du innerhalb der Beziehung bist. Gemeinsame Momente, wo ihr euch verbunden fühlt, wo du das Gefühl von Liebe spürst, nehmen immer weiter ab. Ihr sprecht in Ich, in Du statt in Wir. Vielleicht sagst du, es ist mein Haus, mein Auto, das sind deine Kinder. Alles wird getrennt voneinander betrachtet. Das sind deutliche Signale dafür, dass ihr eine starke emotionale Distanz zueinander aufgebaut habt. Was nun gebraucht wird, sind nachhaltige Lösungen, die euch wieder zusammenführen. Wenn ihr beide vielleicht unterschiedlich abgebogen seid, wird nun gebraucht, dass ihr wieder auf einem gemeinsamen Weg in Richtung eurer Wunschbeziehung findet. Viele Paare glauben, dass das die Normalität ist. Dass es ganz normal ist, dass man einfach an einem bestimmten Status in der Beziehung nebeneinander herlebt. Dass es normal ist, dass es nicht mehr so die Anziehung gibt, nicht mehr große Gefühle da sind. Es geht also darum, dass das Gefühl der emotionalen Distanz dauerhaft geworden ist und nicht nur eine kurze Phase ist. Wenn das so ist, dann braucht ihr unbedingt den Fokus auf eure Beziehung. Es gibt verschiedene Hebel. Ihr könnt emotionale Verletzungen aus der Vergangenheit lösen. Schaut, wann war es mal gut? Wann war die emotionale Bindung voll da? Wann ist Distanz entstanden? Was war die Ursache? Löst die emotionalen Verletzungen nachhaltig auf. Nutzt dafür zum Beispiel die System Empowering Methode. Löst damit emotionale Verletzungen und Konflikte nachhaltig auf. Verbessert eure Kommunikation und Verbundenheit miteinander. Und macht euch intensiv Gedanken über eure Wunschbeziehung. Eure Wunschbeziehung ist euer inneres Navigationssystem in der Beziehung, sodass ihr wisst, wohin steuert ihr eigentlich, damit ihr wirklich eine verbundene und emotional glückliche Beziehung miteinander führen könnt. Wenn du jetzt sagst, das ist genau euer Thema und ihr habt das schon oft versucht und Impulse und Tipps reichen bei euch nicht mehr, dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Und wir schauen gemeinsam, wie wir euch auf dem Weg wieder zu mehr Wir-Gefühl, Verbundenheit und eurer Wunschbeziehung unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.